Wenn die Sterne Nein sagen, acht Sternzeichen, die nicht füreinander bestimmt sind. Bei diesen Paaren stehen die Liebesterne leider niemals günstig. Wer möchte es nicht, ein Match made in Heaven? Teil eines himmlischen Gespanns zu sein, welches nach allen Regeln der romantischen Kunst gemeinsam in den Sonnenuntergang spaziert, ist der Traum der meisten Menschen. Das Horoskop und die Astrologie können hierbei manchmal eine Hilfe sein. Gelegentlich aber kommt es auch vor, dass sogar die Sterne in ihrer Unendlichkeit unseren Wünschen und Begehrlichkeiten Grenzen aufzeigen. Es gibt nämlich auch im weiten Land der Astrologie Zeichen, die ganz und gar nicht auf einer Wellenlänge sind. Welche der zwölf Sternzeichen einander keinesfalls guttun würden und sich daher besser aus dem Weg gehen sollten, verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Fische und Zwillinge. Tiefgründige Gespräche oder viele, viele, viele Gespräche? Hast du jemals darüber nachgedacht, warum man manche Menschen als stumm wie einen Fisch bezeichnet? Sie reden nicht viel, gelinde gesagt, und das Sternzeichen der Fische steht in demselben Ruf. Hier spielt sich sehr viel im Kopf ab und nicht einmal der Bruchteil aller Gedankengänge wird laut ausgesprochen. Dem Diametral gegenüber steht der kommunikationsfreudige Zwilling, der gar nicht genug Networken und Konversationen betreiben kann. Die Fische lieben es, allem auf den Grund zu gehen. Ihre Gespräche haben Tiefgang, während die Zwillinge Smalltalk bevorzugen. Nummer 2. Barge und Krebs. Harmoniebedürftigkeit und Hypersensibilität schließen einander aus. Wenn man der Barge eine Sache vorwerfen könnte, wäre es ihre Harmoniebedürftigkeit um jeden Preis. Sie tut fast alles dafür, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Sogar das Hinunterschlucken, Ignorieren und Unterdrücken der eigenen Gefühle gehört dazu. Ganz anders der sensible Krebs. In seiner Welt dreht sich fast alles nur um Emotionen. Sie wollen gespürt, gelebt, geatmet, aber vor allem auch besprochen und diskutiert werden. Nichts könnte eine Waage schneller in die Flucht schlagen als das berühmte, wir müssen reden. Nummer 3. Wassermann und Skorpion. Hier funkt es erst, wenn die Hölle zufriert. Natürlich kann es passieren, dass sich ein vor Aktionismus überschäumender Wassermann und ein bedächtiger, umsichtiger Skorpion Hals über Kopf ineinander verlieben. Wieso nicht? Der Alter könnte allerdings, vorsichtformuliert, spannend werden. Während der Wassermann am liebsten auf allen Hochzeiten zur selben Zeit das Tanzbein schwingt, ist der Skorpion noch dabei, das für und wieder zu analysieren. Wie der Wassermann ständig so spontan ins kalte Wasser springen kann, wird dem vorsichtigen Skorpion ewig ein Rätsel bleiben. Nummer 4. Schütze und Steinbock. Zwei Schiffe, die des Nachts vorüberziehen. Treffen könnten sich ein Schütze und Steinbock natürlich schon, nur. Ob es sie beide lange an ein und denselben Ort hält, bleibt fraglich. Einen Schützen einzufangen ist ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit. Und einem Steinbock zu erklären, dass Traditionen und Konventionen schlecht sind, wird ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt sein. Diese beiden Tierkreiszeichen könnten unterschiedlicher nicht sein. Falls Amors Pfeil sie dennoch einmal treffen sollte, werden beide Seiten unendlich viel Geduld und Kompromissbereitschaft an den Tag legen müssen. Der Schütze wird einen Gang zurückschalten müssen und der Steinbock lernt Flexibilität. Nummer 5. Löwe und Stier. Dieses Kräftemessen wird ein Unentschieden. Während der Arena der Leidenschaften einmal so richtig die Fäuste fliegen und die Funken sprühen sehen möchte, schickt einen Löwen und einen Stier zusammen hinein. Für eine flüchtige, heißblütige Affäre könnte es zweifellos reichen. Aber im Alltag bleiben diese beiden sich garantiert nicht schuldig. Jeder will gewinnen und keiner gibt nach oder auf. Wer es gerne turbulent mag in seinen Beziehungen, wäre mit dieser Kombination bestens beraten. Am Ende wird es allerdings keinen Sieger geben, sondern eine für beide Seiten höchst unbefriedigende Putz-Situation. Nummer 6. Skorpion und Widder. Feuer mit Feuer bekämpfen, keine gute Idee. Auch bei diesem Paar wäre das Ringen um die Vorherrschaft in der Beziehung vorprogrammiert. Beide Seiten sind nachtragend, können zur Eifersucht neigen und verzeihen einen Fehltritt oder Betrug nur schwer. Der Skorpion gilt sogar als rachsüchtig, während der Widder vermutlich alles kurz und klein schlagen würde, wenn man ihn an der Nase herumführt. Hier regieren große Gefühle, aber nicht unbedingt die große Liebe. Verletzter Eitelkeit, gekränkter Stolz, falsche Beschuldigungen und der absolute Unwille Kompromisse einzugehen oder offen über Gefühle zu sprechen, lässt diese Beziehung scheitern. Nummer 7. Zwillinge und Krebs. Kommunikationshoch sticht Gefühlstief. Was den Zwillingen spielend leicht von der Hand geht, bedeutet für den Krebs jedes Mal Überwindung pur. Das Ausdrücken von Gedanken und Gefühlen wurde den Zwillingen in die Wiege gelegt. Der Krebs hingegen wird manchmal von seinen Emotionen regelrecht verschlungen, was das Zugehen auf andere Menschen erschwert. Diese beiden zusammen, das kann nicht gut gehen. Der Krebs braucht immer ewig, bis er klar kommunizieren kann, wo der Schuh drückt. Bis dahin sind die Zwillinge schon weiter zur nächsten Blume geflattert. Nummer 8. Jungfrau und Fische. Pragmatiker und Träumer. Hier prallen Welten aufeinander. Mit einer Jungfrau an seiner Seite kann man getrost die Zügel schleifen lassen. Sie hat alles im Griff oder wenigstens im Blick. Für Trüdeleien, kompliziertes Getue oder kreatives Chaos allerdings fehlt ihr der Sinn. Die Fische sind ihr daher manchmal schlichtweg zu unbeweglich. In den Augen der Jungfrau muss alles zack, zack vonstatten gehen. Und der nachdenkliche und geistvolle Fisch ist hier natürlich wie ein Klotz am Bein für sie. Unser heutiges Fazit. Ausnahmen bestätigen die himmlische Regel. Natürlich kann es vorkommen, dass eine Waage und ein Krebs sich suchen und finden. Auch ein Löwe und ein Stier können sich zusammentun und gemeinsam die Welt erobern. Die Sterne geben immer nur eine Richtung vor. Folgen müssen wir ihnen dann nach eigenem Ermessen. Es wäre natürlich unklug, eine vielversprechende neue Bekanntschaft rundheraus abzulehnen, nur weil sie im falschen Monat oder am falschen Tag geboren wurde. Betrachte die Charaktereigenschaften der verschiedenen Sternzeichen lieber als Empfehlung, nicht als Handlungsimperativ. So mancher Mensch macht seinem Sternbild alle Ehre. Wieder andere sind ihrem astrologischen Zeichen alles andere als ähnlich. Die besten Beziehungen werden fraglos auch heute noch im Himmel geschlossen. Miteinander klarkommen müssen wir jedoch auf der Erde. Daher gilt, Augen auf bei der Partnerwahl. Himmlisches Vergnügen kann höllisch anstrengend werden, wenn wir unsere Partner durch die rosarote Brille sehen und nicht so, wie sie tatsächlich sind. Vielen Dank und bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017